Meine Tochter, gleich wie Mama, gleiche Charakter haben, unglaublich. Heute sagen bei mir, Papa, ich würde nie einen Mann aus Bosnien heiraten. Ich sage, warum? Ah ja, wenn ich sehe, wie du meine Mutter behandeln, ich keine Lust auf bosnische Männer. Ich habe gesagt, was mache ich falsch? Ah ja, du wenig im Haushalt helfen, du gar nichts kochen können. Wenn meine Mutter irgendwas schlecht kochen, du gleich schimpfen. Ganzen Tag Fußball gucken. Wenn deine Lieblingsmannschaft verlieren, du gleich Theater machen. Samstags bis Sonntag schlafen und, und, und. Und ich habe gesagt, was denkst du? Die anderen sind besser oder was? Willst du einen Türken heiraten, habe ich gesagt. Dann du immer zehn Meter hinterherlaufen und aufpassen, dass er seine Geldbeutel nicht verliere. Oder willst du einen Albaner, habe ich gesagt. Dann dir zumauern, bei dir du keine Sonne sehen. Oder willst du mit einem Deutschen, habe ich gesagt. Die immer mit dir diskutieren, wegen jeder Kleinigkeit. Und wenn du am Wochenende grillen, du nur eine Wurst bekommst. Nur Italiener, habe ich gesagt. Wenn du Italiener heiratest, dann gut. Weil diese einzigen Leute auf dieser Welt die Angst vor Frauen haben. Sonst keine andere. Aber Italiener ist auch keine Lösung. Was findest du mit dem, habe ich gesagt. Die können nicht mal Fußball spielen. Bei Weltmeisterschaft gar nicht dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Verstehen? Vielen Dank.